Am Ende kommt man dazu, dass man sagt, hier sind die Tickets, die gemacht worden sind, ja, die passen so, Ticket 1, 2, 3 ist abgeschlossen, jetzt machen wir 3, 4, 5, obwohl 3, 4, 5 nichts mehr mit der Realität zu tun hat, sondern einfach nur für das Management, damit die quasi hier so, wir haben unsere Arbeit geleistet, wir haben die in Vipler kontrolliert, wir haben den Überblick über das, was passiert, über den Fortschritt und es ist eigentlich völlig an der Realität komplett vorbei und die merken es nicht mal. Bis zum nächsten Mal.